Ja, hallo zusammen, mein Name ist Nadine Florian, ich bin Betriebsratsvorsitzende am Siemens Energy Standort in Duisburg und wir waren mit dran beteiligt an dem Projekt Arbeit 2020 in Kooperation auch mit der IG Metall, damals noch unter der Flagge der Siemens AG und ja, wir waren einer der ersten Standorte, die 2015 die Absichtserklärung unterschrieben haben, an dem Projekt uns dran zu beteiligen und haben dann sofort im Jahr 2016 zusammen mit der IG Metall und auch unter Einbindung unserer Mitarbeiter uns mit dem Thema Digitalisierung Industrie 4.0 auseinanderzusetzen. Unsere Standortleitung hat uns da auch unterstützt und uns auch dementsprechend Fachkräfte auch mit an die Seite gestellt, haben dann erstmal eine Bestandserhebung gemacht, eine sogenannte digitale Betriebslandkarte erstellt, um einfach mal zu gucken, wie weit ist der Standort eigentlich und haben dann über das ganze Projekt feststellen dürfen, dass wir doch schon ziemlich weit sind mit dem Thema Digitalisierung. Und ich sage mal, das Fazit war, wir haben dann Anfang 2018 zusammen mit der Betriebsleitung eine Betriebsvereinbarung unterschrieben zum Thema Digitalisierung hier am Standort, immer unter Einbindung der Mitarbeiter, unter Einbindung des Betriebsrats und dementsprechenden Führungskräften, waren damit somit Vorreiter in der Siemens AG und sind als Best-Practice-Beispiel auch über Deutschland hinweg ausgerollt worden. Und ja, also ich sage mal so, das Projekt war erfolgreich, es wird immer noch gelebt, auch jetzt in der Siemens Energy und ich bin froh, dass wir Teil dieses Projektes waren und es war ein wirklicher Erfolg und damit möchte ich mich ganz herzlich bei allen Betreffenden bedanken.